UNTERTITELUNG Nun bist du ein böser Junge. Ich war ein Refugier all mein Leben. Ich habe getan, was ich tun muss. Jetzt habe ich eine zweite Chance. Ich will gut sein. Es ist nicht leicht, sich dem Teufel zu entziehen, wenn man ihn einmal zu sich eingeladen hat. Noch ein Wort und ich spreche dir den Hals. Wir sind auf einer dunklen Allee gegangen. Aber Francis ging nicht viel wie die Straße entlang. Zieh die scheiß Maske an! Ich meine doch nicht. Du tust, was ich dir darf. Wir möchten dir jemanden vorstellen. Eine gute Freundin von uns. Liebe. Liebe. Diese Leute, die sind nicht das Richtige für dich. Musst du mir mal vorstellen, ein Engel. Oder wird sie ewig von mir verstecken? Wir sind zwei. Den einen, den ich so sehr liebe. Und einer, der alles kaputt macht. Ich bin nicht gut. Ich bin nicht gut. Ich bin nicht gut. Ich bin nicht mehr. Hinsichtlich. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020